So, wir sind jetzt beim zweiten Teil gelandet von Frank Baumann, die Auf- und Abstiegsaison. Es ist so, dass ich jetzt hier ein bisschen Nachrichten gefunden habe und ich hoffe nicht, dass die mir da wieder einen Strick daraus drehen, dass ich hier was benutzen möchte. Und ich werde das Video gar nicht jetzt anspielen, weil die Frau jetzt eh nur sagt, dass Schalke und Werder abgestiegen ist. Bevor wir wieder GEMA-Probleme kriegen, gab es hier damals eine Sondersendung zu. Und dann hatten wir auch noch dieses Video quasi, da sind wir dann wieder aufgestiegen, das war der letzte Tag von der, was ist das, vom Sportstudio. Auch die sind ja so ein bisschen komisch drauf, habe ich ja mal ein eigenes Video zu gemacht. Da möchte ich jetzt auch gar nicht es anspielen, ohne dass ich da wieder Probleme kriege mit der Zensur. Ich weiß nicht, warum andere Kanäle das dauern dürfen und machen und ich die Zensur immer auf den Bockel habe, aber ich lasse es lieber weg. Sonst kann ich das Video zehnmal schneiden. Dann wollte ich einmal darauf aufmerksam machen, wir leben da ja so ein bisschen von, dass wir auch ein bisschen Geld einnehmen müssen, sonst macht dieser Kanal für uns ja auf lange Sicht auch keinen Sinn. Irgendwie müssen wir ja auch davon leben wollen, können wir noch nicht. Aber ich habe ja ein Buch geschrieben. Die beste in Moorat für 15 Euro als Taschenbuchausgabe verfügbar zum Beispiel. Überall ein guter Zeitschriftenhändler, wie man so schön sagt, in jeder Bücherei und zum Beispiel auch bei Thalia kann man es erwärmen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer gerne den Link von Thalia genommen. Es gibt aber auch überall, kann man dieses Buch erwerben. Für 15 Euro, das ist quasi eher aus meiner Gegend, wo ich wohne. Ich wohne ja in Weihe, eine Geschichte, ein Mord, der da stattfindet, in der kooperativen Gesamtschule Kirch Weihe. Sehr spannend konstruiert, zum Teil spielt der auch in Bremen, nähe Weserstadion. Und ich möchte euch den einfach mal ans Herz legen und wenn ihr uns unterstützen wollt und im Gegensatz, was ihr dafür haben möchtet, kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Genau. So, und würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. Wir sind ja wieder in der Saison 2021 gelandet, wo wir ja quasi auf- und abgestiegen quasi sind. So, hier kann man nochmal die Marktwerte sehen, dass die deutlich runtergegangen sind durch den Abstieg. Nozagen hat eigentlich einen besseren, da haben wir noch viel Geld für gekriegt und einen besseren Marktwert gekriegt in der zweiten Liga als in der ersten. Ansonsten sind hier übrigens Eggestein auch, auch nochmal deutlich erhöht worden. Aber ansonsten sind die eigentlich, Zahlen sind hier auch ein bisschen anders, wie auf Transfermarkt.de angegeben. Deswegen traue ich eher gesagt eher den Zahlen. Aber wenn wir jetzt mal zum Thema Zahlen kommen. Bittere Gewissheit, Werder Bremen steigt in die zweite Liga ab. Was am Abend des 10. März 2021 nicht mehr für unmöglich gehalten wurde, ist doch noch eingetreten. Der SV Werder Bremen verabschiedet sich nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga und spielt kommenden Jahren nur noch in der zweiten Bundesliga. Nach jenem 10. März hatten die Werderaner ein Nachholspiel bei den Mid-Konferenten am Bielefeld mit 2-0 gewonnen und ihr Punktepuls auf 30 ausgebaut. 24 von 400 der Team waren bis dato absolviert. Der Vorsprung auf einen direkten Abschließplatz betrug noch diesen Auswärtserfolg in Bielefeld 12 Punkte. Auf Mainz waren mit 18 Punkten 17. Und der Abstand auf den Abschließungsreduktionsplatz 16 ganze 11 Punkte vom besiegten Konkurrenten Bielefeld mit 19 Zählern. Denn Bremen selbst hatte aufgrund dieses Vorsprungswohnen noch niemand mehr mit einem möglichen Abstieg des SV Werder Bremen in dieser Saison gerechnet. 10 Spieltage später und nur einen Punkt mehr auf den Konten ist der Gang in die Zweiklassigkeiten und aber bittere Gewissheit für den SV Werder Bremen. Ja, also wir sind da ja abgestiegen. Das gehört da jetzt quasi mit zu. Der Kohfeldt hat uns in die zweite Liga gefüllt, der Baumann, Bodo und sowas. Kohfeldt musste den Hut nehmen. Bodo hat den Platz nachher geräumt, ein Aufsichtsrat und wir haben auch einen neuen Aufsichtsrat dann gekriegt, kommt gleich noch. Und der Einzige, der weiter rumgammeln und gümbeln wurde, das ist Frank Baumann, der durfte da weiter wirtschaften. Den ist aber quasi dann Clemens Fritz mehr und mehr an die Seite gestellt worden und viele andere, auch der Aufsichtsrat, haben ihm mehr auf die Finger geguckt. Er sollte ja theoretisch auch weg, so haben die Fans das ja gewollt. Und dann hat man damals gesagt, es ist so wenig Zeit, von der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga und dennoch einen neuen Manager suchen, das macht man jetzt nicht. Und gegen den Willen der Fans hat Frank Baumann weitermachen dürfen können, wie auch immer. Werder Bremen Verlust 2021 auf 7,1 Millionen Euro reduziert. Ode Werner, neuer Chefstrainer. Es drohten da jetzt wirklich diese 60 Millionen Schulden. Das konnten die jetzt noch deutlich drücken auf 7,1 Millionen am Ende, weil sie echt alles verkaufen konnten und mussten, was sie hatten. Die haben ja echt ihr Tafelsilber für Holz an Spielern und an Immobilien und hat man nicht gesehen. Trotz einer wirtschaftlichen Konzernjahresfehlbetrage zeigen sich die Bremer nach eigenen Angaben mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres unter Berücksichtigung des Rahmenbedingungsbefriedens. Zum einen, weil die Konzernverlust des Vorjahres in 23,7 Millionen Euro trotz deutlicher, stärkerer Pandemieauswägen wesentlich reduziert wurde und zum anderen war neue Finanzierungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen die Bremer keine oder nur sehr geringe pandemieminderte Einschränkungen im Spielbetrieb in der Rückrunde, vorausgesetzt sogar wieder mit einem richtigen Konzernjahresabschluss. Da hat man einfach wieder gehofft, dass die Leute wieder ins Stadion kommen und das vom ersten Spieltag an. Den war aber ja nicht so, als dieser Artikel geschrieben worden ist. Mhm, 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 mhm. So, dann hat man hier nochmal nachgelegt. In April, Werder Bremen erwäschte Pandemieauschluss von 19,3 Millionen Euro. Aufstieg vor Augen, Werders Anleihe notiert. 107 Prozent. Die mussten eine Anleihe, wie gesagt, aufnehmen. Die Zwischenergebnisse ist vor der Bremen Zeitraum 1.07.21 bis 31.12.21 mit einem positiven Pendel. Päromie den Ergebnis von 19,3 Millionen. Also da fing das quasi an, dass sie ihre Bilanzen auflegen mussten, weil sie haben ja quasi Geld geliehen. Maßnahmen und Kennzahlen. Sponsoring 1,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresperiode reduziert. Dies konnte laut Werder teilweise vor dem Hintergrund reduzierter pandemiebedingter Einschränkungen durch gestiegene Erlöse im Bereich Spielbetrieb 7,2 Millionen Euro kompensiert werden. Sie waren maßgeblich verantwortlich für diese positive Periode-Ergebnisse des S-Werder-Bremens. GmbH und KGAA-Konzernen sind jedoch die in einem sehr schwierigen Marktumfeld erzielten Transfererlöse von 21,0 Millionen Euro plus. Neben der Steigerung der Umsätze konnte der Werder-Konzern gleichzeitig die Aufwendungen für die betriebliche Leistung reduzieren von minus 17,2 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis im Betriebszeitraum hat sich als Folge auf 17,3 Millionen Euro des Vorjahres auf minus 16,0 Millionen Euro verbessert. Werder-Bremens stellt Geschäftsführung neu auf. Das war auch ganz wichtig. Wie gesagt, der Bode ist ja raus. Werder-Geschäftsführung zum 1. Januar neu aufgestellt. Festgrüne Welt gibt Doppelfunktionen auf. Laufmann wird Geschäftsführerin. So, da war eine Frage gewesen. Ach, das ist aus 23. Okay, das kommt denn ja noch. Okay, aber da war ja die Frage gewesen, wer hatte Schuld an dieser Misere mit dem ganzen Geld, was da quasi nicht richtig gelaufen ist. Da hatte nochmal ein User die Frage gehabt, da bin ich jetzt ein bisschen zu voreilig gewesen, aber wir packen jetzt trotzdem mal in das Video mit rein. Das kam dann erst 23. Ich packe euch das alles nochmal unter das Video, könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Also da Horst Gründowell schmeißt dann hin, weil er die Finanzen nicht in den Griff kriegte und noch teilweise Sachen verschuldet hatte, dass da jemand Neues für eingestellt worden ist. Da hatten wir auch damals ein Video veröffentlicht am Tag der Fans. Da hat die Dame sich auch vorgestellt gehabt, erschreckenderweise. So, das ist jetzt von 22, da machen sie auch 6,3 Millionen Euro Gewinn 2021-22. Das ist der Artikel nochmal dazu. Die Spielzeit 2021-22 verliehen Norddeutsch zunächst einmal sportlich und finanziell durch die Teilnahme am Spielbetrieb des zweiten Funktionärs gekennzeichnet. Zum ersten Mal nach über 40 Jahren unter den Rahmenbedingungen haben sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr auf 15,8 Millionen Euro reduziert. Aber die Rückgänge in den wesentlichen von Abstieg betroffenen Bereichen wie die jahre Verwertungsrechte 40,8 Millionen und Sponsorien von 5,7 Millionen waren durch erhöhte Transferlöse von 14,8 Millionen Euro sowie gestiegenen Umsätze im Bestiebetrieb von 15,7 Millionen Euro aufgrund der reduzierten Pandemie-Strukturen zu größten Teilen kompensiert werden. Zudem standen den geringsten Umsatzerlös deutliche überproportional gesunkenen Aufwendungen gegenüber. So sind etwa die Personalkosten der Veteraner um 24 Millionen Euro zurückgegangen. Der sehr große Erfolg, die Werder bewerten die erzielten Jahresüberschuss unter den angebrochenen Rahmenbedingungen als sehr großen Erfolg, der maßgeblich durch Anstrengungen auf den Transfermarkt sowie die nachhaltige Kostenkompensierung erreicht worden sei. Auch da sportliche Sicht ist das abgelaufen Geschäftsjahr mit dem erreichten direkten Wiederaufstieg in der Bundesliga in einem sehr erfolgreich Verlauf. Gegenwärtig belegen die Veteraner als Aufsteiger einen sehr guten neuen Platz in der ersten Bundesliga. So, da sind sie wieder aufgestiegen, konnten die Millionen quasi wieder machen. Laufen aber immer noch diesen Minus hinterher und vielleicht schaffen wir das jetzt noch. Ihr übrigens fragt, wo Jessica ist. Jessica ist so müde, sie hat sich abgemeldet für heute, für den nächsten Teil. Jetzt machen wir den einfach nochmal alleine fertig. Somit haben wir jetzt auch mehr Zeit und schaffen das vielleicht alles in zwei Videos und nicht in drei. Wer ist schuld am Abstieg von Werder Bremen, fragt hier die Deichstube. Pertionale Konsequenzen, unausweichlich. Kein Spieler, kein Funktionär ist wichtiger als Werder Bremen. Doch, Frank Baumann war es in dem Moment, den wollte man raushaben, der blieb aber. Bremen, die Tränen dürfen inzwischen zwar getrocknet sein, die Enttäuschung ist aber sicher noch da. Genauso wie diese eine Frage, wer trägt die Schuld am ersten Abstieg des SV Werder Bremen nach 41 Jahren. Einer allein ganz sicher nicht, die Deichstube hat vier Bereiche genauer unter die Lupe genommen. Die Mannschaft des SV Werder Bremen. Als Frank Baumann direkt danach das ganze Drama erklären wollte, da konnte und wollte sich der Sportchef diesen Satz nicht mehr verkneifen. Ich kann die Tore ja nicht selbst schießen. Ja, leider nicht. Er hat sehr viel für den Verein getan als Spieler, hat sehr viele Tore geschossen, Gottes Willen. Man muss hier nochmal unterscheiden, zwischen den Menschen an sich, der auch toll und super sein kann, und wie er als Manager ist. Er ist durch die ganzen Videos, die wir jetzt haben, am Anfang noch ein bisschen viel gelobt worden und am Ende kommt jetzt immer mehr Kritik zum Ganzen. Da ist aber auch Schuld da und wenn Schuld da ist, kann ich das nicht ganz löschen. Es tut mir auch so ein bisschen für die Kone, Frank Baumann auch ein bisschen leid, aber da sind halt Managerfehler gemacht worden. Deswegen rollen wir das ja auch alles auf. Wir haben ja auch schon erklärt, was er super gemacht hat. Es häufen sich jetzt aber die negativen Sachen. Aber durch den Wiederaufstieg, jetzt so langsam merkt man wieder, dass Werder wieder in Spur kommt und dass es nachher besser geworden ist. Und dann kommt und dann stellen wir das auch wieder ein bisschen besser heraus, was hat er richtig gemacht. Das sind so Aufs und Abs, wie halt in der Bundesliga die Spiele halt sind. Ich kann die Tore ja nicht selber schießen, aber Samstag mit der 2-4-Pleide gegen München Gladbach galt das vor allem für David Selke und dessen Riesenchancen nach den 1-1. Doch mit Toren gegeizt und auch hinten stand Werder Bremen längst nicht mehr so sicher wie in der Hinrunde. Eigentore, Sleptik bringt in das Bild. Kaum ein Profi noch normal vom Bereich, geschweige denn Topniveau. Dabei sind so manche Nationalspieler im Team oder welche, die erstmal werden oder werden wollen. Und der Kader, was von fast 50 Millionen Euro rangeht, Werder gewiss nicht auf einen Abstiegsplatz. Die Spieler haben unter Kohfeldt gedacht, da können wir alles erlauben, ich bin eh immer die gleichen. Das war damals so, da konntest du scheiße sein, wie du wolltest. Du hast sowieso immer wieder gespielt. Sehr junger Trainer, der sich teilweise nicht durchsetzen konnte, ältere Spieler oder jüngere Spieler haben ihm teilweise schon auf der Nase rumgetanzt, hätte Frank Baumann erkennen müssen, da eher die Reißleine ziehen müssen und damals nicht an den vorletzten Tag. Hätte gewiss schon eher ziehen müssen. Und das ist auch eine Frank Baumann-Entscheidung gewesen, den Junge Kohfeldt so lange machen zu lassen. Und der muss sich doch Kritik äußern dürfen und können. Gewiss war die Mannschaft, wenn ich die bewerten sollte, so wirklich stark war die nicht. Also Huse und sowas, alles weg. Selke, Totalausfall gewesen. Der hat da schon Ewigkeiten nicht mehr funktioniert gehabt. Das war eine große Klappe, nichts dahinter gewesen. Es bahnte sich so ein bisschen alles an. Deswegen hat man ja auch diese Notleihe gemacht mit Selke, um das hier zu verhindern. Das Geld hätte man lieber anders investiert werden sollen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, ja, am Ende war es wirklich ein Abstieg mit Ansage, wenn man mal alles hinterfragt und bedenkt. Ja, die hätten auch 16. werden können. 15. maximal. Ja, dann hätten sie es ganz knapp geschafft. Aber wer da hat, man hat es auch vergessen, in jedem Video gesehen hat, wer da, es ging immer mehr nach unten und bergab. Wir hatten einmal das erste Jahr mit Kohfeldt einen Ausreißer gehabt, da sind wir 8er geworden. So, und danach. Die Identifikation mit dem Klub hielt sich auch in Grenzen. Mit einem Gehaltsverzicht in der Corona-Krise taten sich die Profis schwer. Bis Ende des Jahres verzichteten die wenigsten auf 10%, denn auf gar nichts mehr. In den letzten Tagen gab es innerhalb der Mannschaft angeblich auch Stress und die Anfeuerung der Reservisten von der Tribüne aus, war ausgerechnet während des letzten Spiels so leise wie selten zuvor. Kann ich mich noch dunkel daran erinnern, dass die Physiotherapeutin da irgendwie so eine Trommel hatte, hat da laut Stimmung gemacht, weil das ganze Stadion durch die Pandemie ja leer war. Die war die Einzige, die man hören konnte, von den Spielern kam nix, die auf der Tribüne saßen. Das stimmt. Thomas Schaaf hat alles gegeben, ja. Er hat das letzte Spiel gemacht, hat darauf versucht, den Verein zu retten. Gilt leider, weil er dann den letzten Spieltag gemacht hat, als der Trainer, der abgestiegen ist, wenn man das mal auflistet. Aber das ist eigentlich ein Fehler. Das ist ein Kohfeldt-Ding und nicht ein Trainer, ein alter Trainer, der sich für den Verein sehr aufgeopfert hat. Und den installiere ich, war auch ein bisschen undankbar. Ich meine, er hätte der große Held sein können, wenn sie nicht abgestiegen wären. Aber was willst du denn einen Tag vom Spiel noch großartig, oder zwei Tage vom Spiel noch ändern? Und die Spieler kannst du auch nicht in den Kopf waschen. Die selben Spieler hast du auch noch. Also das war wirklich ein Abstieg am Ende mit Ansage. Das kann man nicht anders sagen. Kofelk kam super DFB-Vokal. Das haben wir gesehen, das haben wir schon herausgearbeitet in das andere Video. Aber Bundesliga, das konnte er nicht. Aber seine alterwürdige Raute und seine Schreie bis zum Heiserkeit reichen nicht aus. Er wäre auch ein kleines Wunder gewesen, wenn er nur an einem Spiel eine ganze Saison repariert hätte. In der Verantwortung steht da ganz klar Florian Kohfeldt, der Trainer der ersten 33 Spieltage. Nach dem Fastabstieg sollte er Werder Bremen stabil in der Liga halten, wonach es lange aussah und was mit diesem Kader ohne Liga-tauglichen defensiven Mittelfeld durchaus bemerkenswert war. Doch nach dem Sieg in Bielefeld konnte sich der Coach bei 11 Punkten vorschauen und nur noch 10 ausstellenden Spielen nicht mehr zurückhalten. Er eröffnete die Rüstung, die er sich und seiner Mannschaft aufgezogen hatte. Das stimmt. Er hat sehr stark defensiv gespielt. Damit haben sie dann wenigstens, ja, unentschieden oder nochmal einen knappen, dreckigen Sieg geholt. Und das reichte aus. Und dann hat er so gedacht, oh, jetzt spielen wir mal anders. Und jetzt wollen wir offensiv wieder spielen. Und ich zeige jetzt, dass ich der bessere Schaf bin. Und ich kann noch offensiver als offensiv spielen. Und ich mache das hier richtig gut. So, und das ging total in die Hose. Das kannst du Frank Baumann jetzt nicht anrechnen, dass der Florian Kohfeldt da ein bisschen durchgedreht ist an der Stelle. Wenn er das vorher so behalten hätte, wie er das weitergemacht hätte, denke ich, hätte das vielleicht ganz knapp zum Klassenerhalt gereicht. Du kannst dem Frank Baumann nur vorwerfen, der hätte da den Kohfeldt kacken müssen und viel eher. Werder sollte nun endlich wieder Fußball spielen und nicht an die Punkte erarbeiten. Dieses Programmismus hatte Werder in der Tabelle zwar in Sicherheit gebracht, aber auch viel Kritik für unansehlichen Fußball beschert. Das nervte den Coach, er wollte wieder seinen Überzeugungen agieren. So etwas geht selten gut. Als das Team dann immer tiefer in die Negativspielrate geriet, fand Kofel keine Lösung mehr und das Übrige mit den Spielern, die er zum größten Teil selbst haben wollte, die der Trainer hatte schon früher als vor dem letzten Spieltag gegen müssen. Das stimmt. Auch interessant, Klaus Fibri kritisiert Ex-Werder Bremen Trainer Florian Vofeld. Die Geschäftsführung des SV Werder Bremen. Die sportliche Verantwortung trägt in einer Dreiergremium Frank Baumann, aber dahinter hinaus auch Klaus Fibri und Hubertus Hess Grünewald nicht verstecken. Frieden scheinen schließlich mit. So, und das ist das, was ich meine. Klaus Fibri ist immer noch da, der hat da mit entschieden, der hat immer mehr so die Werbung und sowas hinter sich. Wie weit er da jetzt mit drin ist, eher weniger, aber Hubertus Hess Grünewald ist sehr stark negativ, da behastet, genauso wie Frank Baumann, der sich durch den Aufstieg, um was jetzt, das Jahr danach, um was aktuell in der Saison wieder da ist, wieder einen besseren Boden bei den Fans, wie der gut gemacht hat. Aber der Hubertus Hess Grünewald ist heute nicht. Die Fans fordern immer noch, dass der aus dem Verein entfernt wird. Der ist sehr, sehr, sehr negativ behastet bei den Fans. Das Trio hat sich verzockt, als er im Sommer 2019 Oma Toprak und Libertu Mittencourt verflüchtete und mit Transferlösen ein Jahr später bezahlen wollte. Dies gab es wegen der Fassabstiegs- und der Corona-Krise nämlich nicht. Auch deshalb gerät Werder Bremen in finanzielle Schieflage, musste Spieler ziehen lassen, um Geld zu sparen und konnte fast keine neuen holen. Dabei fehlte auch noch die Kreativität und das gute Auge, um echte Schnäppchen zu machen. Tai Hikiong hatte so eines sein können. Doch die Leihgabe von Manchester United war eigentlich nur schnell, vor allem im Winter wieder schnell vorbei. Ja, der funktionierte überhaupt nicht genau. Bei den Niederländern passte so vieles nicht, was nicht gerade für ein optimales Scouting spricht. Ein Bereich, den natürlich Baumann, aber auch Clemens Fritz mit seinem Team verantwortet. Siehst du, da ist auch schon wieder Clemens Fritz negativ drin und der Name steht ja dick drin. Ihnen wird vom Berater nachgesagt, oft zu langsam zu agieren. Im Januar wurde dann gänzlich auf Neuzugänge verzichtet. Begründung kein Geld. Denn Corona sei nicht mal mehr nur ein Gehalt zu stemmen gewesen. Sportlich sollte sich das Böse rächen. Juhu, das stimmt. Der Aufstieg rette das Böder Bremen. Das sechsköpfige Kreme soll vor allen Dingen eines machen. Vor allen Dingen eines machen, kontrollieren. Doch Marco Bode und Kohl ließen die Geschäftsführung gewähren. Siehst du, was ich sagte? Deswegen musste Bode auch gehen. Der hat echt, ich weiß gar nicht, was der in der Zeit gemacht hat. Nicht nur ein Top-Up Bittencourt Zukunftspoker. Sie gingen auch den Weg mit, auf erfahrene Profis, Füllkrug, Osako, Bittencourt, Top-Up, Selke zu setzen und dafür viel Geld auszugeben, obwohl diese Spieler teilweise schon dicke Krankenakten gesaßen. Ja, das ist auch so ein typisches Baumann-Ding, immer wieder diese Verletzten zu holen, die woanders nichts mehr bringen. Und der einzige, wo es funktioniert hatte, das war echt der Füllkrug. Also das andere hat niemals funktioniert. Der Top-Up mit Anführungszeichen, aber er hat ja kein Geld mehr eingebracht. So, war wichtig in der 2. Liga, keine Frage, aber ansonsten, ne. So, setzen und dafür viel Geld auszugeben. Obwohl diese Spieler teilweise schon dicke Krankenakten besaßen. Der Wiederverkaufswert ist gleich 0 und so sind die Mehrwertspieler, die Werder Bremen, die sich schon immer so dringend benötigen, Transfereinnahmen bescheren, nicht gekommen. So, und das ist das, was der Echin immer angeprangert hatte. Und deswegen ist der für mich da in dem Fall ein besserer Manager gewesen, weil der auch besser mit Zahlen umgehen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Menschlich hatte der natürlich Defizite, aber ansonsten war der Echin für mich immer noch der bessere Baumann. Und den hat man ja leider nicht mehr haben wollen. Und das war auch so ein Horst-Grüneweil-Ding gewesen. Der war ihnen nämlich im Weg. Da ist nämlich viel Politik-Scheiße drin, wenn man das mal genau auseinander nimmt. So Ansichten kollidierten da. Und dann bist du da abgesägt worden. Ein Aufsichtsrat soll zwar stets kontrovers diskutiert worden sein, aber am Ende setzten sich Bode durch. Und der hoffte, wie Baumann, auf eine Kohfeldt-Ära im Stille von Otto Rehagel und Thomas Schaaf. Das gippelte in der unwürdigen langen Diskussion über die Zukunft des Trainers nach der Pleite bei Jungen Berlin. Auch der Aufsichtsrat hat die aktuelle Abstiegsgefahr viel zu spät erkannt und muss sich zudem fragen lassen, warum er vor gut einem Jahr nach dem Fast-Abstieg den berühmten nicht weiter so mit allen allerdings selben Personal zugestimmt hat. Wir sind da richtig einmal abgeledert worden. Das kann man nicht anders so sagen. Da habe ich mit Absicht jetzt nochmal die Marktwerte, dass man hier nochmal gucken kann und vergleichen kann, was wir da geholt haben. Eigentlich viele Eingerexler oder billige No-Names. Hier kann man auch nochmal die Zahlen sehen, was ich eben so ein bisschen vorgelesen habe. Gewinn und Verlust des Fußballclubs Werder Bremen in den Geschäftsjahren 2018, 2019 bis 2021, 2022. So, kann man das jetzt quasi sehen. Hier geht das noch bis 2021, 2022. So, müssen wir eigentlich hier nochmal gucken. Hier können wir jetzt alles nochmal sehen. Das Roh-Ergebnis. Roh-Ergebnis, okay. 97,938.000. Personalaufwand haben sie 43.789. Okay, das ist normal, wenn du hier die Gelder bezahlen musst. Abschreibung haben sie mit Rohverlust gemacht. 10.365. Sonstige betriebliche Aufwendung. Abschreiben müssen immer Minus sein. Betriebliche Aufwendung. 35,397.000. Das ist auch nochmal. Beteiligungsergebnis. Wollen sie irgendjemand noch bezahlen müssen? Wahrscheinlich die Stadt. 234. Finanzergebnis sind somit dann 1.959. Steuern von Einkommen und von Ertrag. 1.88. Ergebnis von Steuern 6.381. So, sonstige Steuern 84. Und Konzernüberschuss. Fehlbetrag 6.296. Jetzt werden die Daten 1 bis 10 angegeben. Von insgesamt 10. Ich weiß jetzt nicht, welche Einheit das jetzt dahinter steckt. Sind das jetzt Tausende oder sind das jetzt Millionen? Wäre ja ein bisschen wenig, wenn das nur so einfach wäre. Details zu Statistik. Steht da was drunter? Ne, ah, jetzt einloggen. Okay, geht leider nicht so zeigen. Gewinn- und Verlustrechnung des Fußballvereins Werder Bremen 21.22. Veröffentlicher Bericht von B. Zettenfeld. Das ist aber jetzt 24. Also, das geht aber zu 21.22. In der Saison 21, welches Geschäftsjahr entsprach, könnte der Fußballclub Werder Bremen auch 22. einen Konzernüberschuss in Höhe von 6,3 Millionen abermelden. Diese Statistik zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung des Fußballclubs Werder Bremen in den Saisons. Okay. Okay. Gut. Kann ich nichts zu sagen, ob das jetzt in Millioneneinheiten sind? Tausende? Ach, da steht das auch. Tausende Euro. Okay, da oben steht das. Ja, da sind das Tausende. Das klingt jetzt aber eigentlich gar nicht so hoch. Naja, okay. Da kenne ich mich nicht so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. So, hier kommen wir aber jetzt nochmal zum Überschuss. Fußballgeld.de habe ich das gefunden. Finanzwerder Bremen. Interessiert man sich für die wirtschaftlichen Hintergriffe von Werder Bremen, stellen sich folgende Fragen. Wie hoch ist die finanzielle Gewinn von Werder Bremen? Wie hoch ist der Jahresüberschuss? Wie hoch ist das Eigenkapital? Wie hoch sind die Verbindlichkeiten? Zunächst einmal stellt sich die Frage, wo bekomme ich diese Finanzkennzahlen überhaupt her? Folge 4 Varianten kommen in Betracht. Der veröffentlichte Jahresüberschuss, veröffentlichte Zahlen des DFL, veröffentlichte Zahlen über die Vereinsseite oder andere Medien. Es gibt keine veröffentlichten Zahlen. Der veröffentlichte Jahresüberschuss von Werder Bremen, blablabla, OKG, grundsätzlich veröffentlichtespflichtig. Allerdings ergeben sich nicht alle Kennzahlen aus dem Jahresabschluss. Mehrzahlen, insbesondere aus den vergangenen Jahren, findest du in World Database. Bin ich leider auch nicht angemeldet. Veröffentlichte Zahlen des DFL. Seit 2019 veröffentlichen die DFL die Finanzkennzeichen der 1. und 2. Digisten. Werder Bremen, Einzel- und Konzernabschluss. Jahr 2019 bis zum 30.06. Bilanzsumme 75.800.07. Avita Anlagevermögen 47.567. Umlaufvermögen 27,767 Millionen. Rechnungsabschluss Posten 0,473. Aktive Lattensteuern. Okay, Leute, da kann ich euch gar nichts zu sagen. Zahlen in Millionen. Ach, das sind jetzt mal Millionen. Okay. Aktive Lattensteuern 0. Aktive Umsatzbetrag aus dem Vereinsvermögen 0. Passiver Eigenkapital 10,522 Millionen. Sonderposten in Investitionszuzug 0. Rückstellungen 5,579 Millionen. Verbindlichkeiten 46.503. Rechnungsabgrenzungsposten 13,203. Passive Lattensteuern 0. Mehrzahlen besonnen aus dem vergangenen Jahr. Findest du bei Database. Wie gesagt nicht angemeldet. Dabei ein paar kurze Erläuterungen zu der Bilanzposten. Einzelabschluss. Bei dem Einzelabschluss handelt es sich um den Abschluss der einzelnen Gesellschaft hier, der Gesellschaft der Lizenznehmer der Bundesliga ist. Von Zählenabschluss hier werden die kondolizierten Zahlen der Lizenznehmer sowie allen weiteren Tochterunternehmen angezeigt. Ja, die meisten Fußballvereine finanzieren entsprechend der Fußballsaison, also den ersten 7. Einen des Jahres bis zum 30. 6. Einen des Folgejahres. Einige wenige Vereine finanzieren auch wie bei den meisten Unternehmen üblich zum Ende des Jahres 31. 12. Bilanzsumme. Die Summe des Anlage- und Umlaufvermögens auf der Aktivseite und des Eigen- und Fremdkapitalseites auf der Passivseite ergibt die Bilanzsumme. Die Summe aller Aktiver muss immer genauso groß sein wie die Summe aller Passiver. Beide Bilanzseiten werden durch das Einkapital ausgeglichen. Aktiver. Unter Aktiver versteht man die Summe des einen Unternehmen zur Verfügung gestehenden Vermögens. Anlagevermögen. Anlagevermögen. Unter Anlagevermögen versteht man die Vermögensteile eines Unternehmens, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft dient und über einen längeren Zeitraum im Unternehmen verbleibt. Dazu gehören im Fußball-Infraudnende die Lizenzspieler sowie die Stadien, Bürogebäude oder das Nachwuchszentrum. Umlaufvermögen. Hier handelt es sich um nachweisliche Vermögen, das nicht dazu gestimmt ist, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören im Fußball natürlich zum einen der Kassenbestand, Festgeldkonten, aber auch Forderungen, Vorräte oder Finanzanlagen. Rechnungsabgrenzungsposten. Die aktiven Rechnungsbegrenzungsposten, auch RAP genannt, beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres, die bereits in dieser Periode geleistet wurden. Diese sind zu aktiven und nicht sofort als Aufwand für die GUV auszuweisen. § 251 Absatz HGB. Dazu gehören beispielsweise Miete, Löhne, Gehälter und Zinsen. Die passiven RAP beinhalten die erhaltenen Zahlungen für die Leistung, die das Unternehmen erst in der nächsten Periode erbringt und werden in der nächsten Periode wieder aufgelöst. Latterne Steuern. Hierbei handelt es sich um verborene Steuerlast oder Steuervorteile, die sich auch rund von verschiedenen in Ansatz oder in der Bewertung von Vermögensabständen oder Schulden zwischen den Steuerbilanzen und der Handelsbilanzen ergeben haben und die sich in den späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive Lattensteuern sollen zukünftige Steuervorteile, zukünftige steuerliche, höheres Gewinn abpassive laterale Steuern, zukünftige Steuerbelastung, zukünftige steuerliche, höheres Ertragspotenzial abbilden. Eigenkapital als Eigenkapital werden als alle finanziellen Mittel bezeichnet, die sich aus den Eigenkapitalen des Eigentümers eines Unternehmens umsetzen. Dieser Kapitel steht dem Unternehmer unbefristig zur Verfügung und unterliegt keiner Rückzahlungspflicht. Rückstellungen. Bei Rückstellungen handelt es sich um Verbindlichkeiten, die in ihren Gestehen oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hineinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Verbindlichkeiten. Unter Verbindlichkeiten wird die Verpflichtung eines Schuldners zum Leistungserbringungsgegenüber seiner Gläubiger verstanden. Anbei, die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung der GUV. Werder Bremen, Konzern, Abschluss, Tabelle, Jahr 19, Jahresüberschuss 3,513 Millionen, Hohergebnis 151,547 Millionen, Personalaufwand 71.932, es können nur die Angestellten sein, nicht die Spieler an sich. Abschreibung 23,9 Millionen, sonstige betriebliche Aufwendung 51,204 Millionen, Beteiligungsergebnis 0,284 Millionen, Finanzergebnis 0,093, Steuern von Einnahmen und den Ertrag 1,108 minus, Ergebnis nach Steuern 3,594, sonstige Steuern 0,081 minus, aufgrund von Unternehmensverträgen abgeführte Gewinne 0, Ergebnis abgeführte und antypische Steuern in Gesellschaften 0, auf andere Gesellschaftsseiten fallende Gewinnverluste 0, Zahlung in Millionen, bla bla bla. Anbei das paar kurze Erläuterung zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung. Ach du Schande, das geht nur so weiter. Alter Leute, das geht nur so weiter, das verlinke ich euch. So, Schulden in Millionenhöhe, Schock, Werder Bremen droht Punktabzug und Lizenzverlust. So, das ist das, was ich gesagt hatte, das war jetzt die Schuld von Horst Rühnewald. Da drohten Werder eine Millionenstrafe von 5 Millionen von DFL, soweit ich das weiß, das ist mein Kenntnisstand. Und da hatte er irgendwas, weil die da jetzt Anleihen hatten, das irgendwie falsch gebucht in den falschen Monat rein. Und das hatten die angemarkert gehabt und das war einer der Gründe, dass Werder da einen Punktabzug drohte und diese 5 Millionen strafe. Ich meine, der Punktabzug, der kam dann nachher nicht, weil Werder Einspruch eingelegt hatte und diese 5 Millionen, die kamen nachher auch nicht. Werder musste eine Summe bezahlen, die war aber deutlich, deutlich, glaube ich, unter eine Million am Ende. Mhm, mhm, ja. So. Aber weil eine Frage mal unter eurem Video war, wer da ja Schuld dran hatte, jetzt wisst ihr das. So, Werder Bremen weist Schulden in Millionenhöhe aus. Haben wir jetzt eben ausführlich drüber gesprochen. Über den Mittelstandsanleihen will der Werder noch 30 Millionen dazu kriegen. Da sind die Fans gefragt worden und Unternehmer gefragt worden, ob sie eigentlich Geld geben können. Das ist das, was Werder noch zurückbezahlen muss und damit sie die Lizenz auch kriegen. Die drohte nämlich auch nicht, dass wir die für die zweite Bundesliga nicht kriegen. Ja, von einem Fehlbetrag von 30,6 Millionen Euro in dem Prospekt war die Rede. Ja. Im Hintergrund hatte Werder Bremen ein Minus von 17,33 Millionen Euro hinzunehmen. In der Vorsaison waren es noch 23,5 Millionen Euro gewesen. Das Einkommensteil von 10 Millionen Euro kam bei den weiteren nicht mehr decken. So, und da sind wir damals abgerauscht. Keine Kohle mehr gehabt. Ja, hier ist quasi. Habe Verantwortung für Abstieg. Werder Bremen, Boss Baumann packt chancelos aus. Bremen. Der erste Abstieg seit 41 Jahren trifft Werder Bremen bis ins Markt. Auch Sportgeschäftsführer Frank Baumann steht in der Kritik. Dem Sportgeschäftsführer werden Fehler angelastet. Er will und darf aber weitermachen. Nach dem Sturz in die zweite Klassigkeit am vergangenen Samstag, den 22. Mai 2021 sprach Baumann über seine eigene Zukunft, die von Thomas Schaaf und die Trainersuche. Werder Bremen ist am letzten Spieltag in der Bundesliga abgestiegen. Frank Baumann darf im Amt bleiben. Baumann spricht über seine Zukunft. Herr Baumann, Sie sind nun schon mehrere lange Zeit bei Werder, haben schon viel erlebt. Wie bitter ist für Sie der Tag. Also einfach so ein Interview, das hier geführt wird. Wer hat Schuld an den Abstieg? Ich bin keiner, der die Schuld bei anderen sucht. Natürlich gibt es für verschiedene Bereiche Verantwortlichkeiten. Das stimmt auch. Da hat er recht. Alles alleine hat er auch nicht verbockt. Da waren wie Horst Grünewald und wie wir sie alle gesehen haben, Marco Bode und so weiter, viele Leute an diesem Abstieg dran beteiligt. Die sich als Spieler auch viel Lob eingehandelt haben, haben aber in der Finanzwelt, in der Beratung als Manager total versagt. Ganz ehrlich, da hätte ich wahrscheinlich besser agiert. So, kann man sich hier in Ruhe nochmal durchlesen. Wollen Sie denn helfen, den Abstieg zu reparieren? Ich stelle mich der Verantwortung auch in schwierigen Zeiten. Das war auch in den letzten Jahren so. Der Abstieg bedeutet einen großen Umbruch. Wir brauchen einen neuen Trainer. Wir werden einen großen Wandel in Kader haben. Den brauchen wir auch, aber der muss auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen und an die veränderten Bedingungen in der 2. Liga angepasst werden. Wir brauchen da schnelle Entscheidungen und ich bin bereit, diese Planung auch umzusetzen. So, wie gesagt, ich packe euch das alles unter das Video. Werder Bremen nach Abstieg in der 2. Liga am Boden. Was sind die Folgen für die Hansiaten? Werder Bremen muss nach einem beispielschlosen Absturz in Endsport den schweren Gang in die 2. Liga antreten nach 41 Jahren. Ein weiteres So wird es nicht geben. Mit diesem Satz war Werder Bremen nach dem gerade noch so verbilderten Abstieg in der Regulation im Vorjahr in die Saison 2021 gestartet und trotzdem lagen am Sonntagnachmittag am Werder aus der Deich völlig fassenslose geschockte Fans, die ein Jahr später doch noch den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte nach 1980 ertragen mussten. 1982 bin ich geboren, wie die Leute vielleicht wissen. Das heißt, den habe ich gar nicht mitgemacht. Mein Vater hat mir auch nur davon erzählt. Während Thomas Schaaf in den Rest seiner Stimme versuchte, Worte für die riesen Enttäuschung und Leere zu finden, entlud sich vor dem Wetterstand der Frost einige Anhänger, die immer wieder vorstand rausbrüllen, der nachher ja auch geflogen ist. So recht natürlich. So, ansonsten. Werder Bremen, beispiellose Absturz in der Saison in Endsport. Sind wir ja 17. geworden, das wiederholt sich jetzt alles so ein bisschen. Warum man im Nachhinein hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlau, wie man es schon sagt. Die Gründe von dem Abschluss vielsichtig. Hatte man trotz anhaltender Erfolgslosigkeit so lange am Trainer Kohfeldt-Festgehalten zu einordnen, Bremen holte aus den letzten 10 Spielen gerade mal einen mageren Punkt. Das sei eine sehr hypothetische Frage, meinte Sportgeschäftsführer Frank Bommer am Sonntag an Sport1-Doppelpass. Die Entscheide hatten aus Überzeugung an Kohfeldt-Festgehalten, aber im Nachhinein hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Ja, so. Was willst du dazu sagen? Wenn die Leute Scheiße gebaut haben, haben sie Scheiße gebaut. Dann kann ich es ja auch in diesem Video nur kritisieren, dann gibt es ja keine positiven Sachen. Ich habe mir einer zu mir gesagt gehabt, mit dem ich viel über Fußball rede, ich muss auch die positiven Sachen herausstellen. Ja, kann ich jetzt hier gar nicht. Wenn wir dann wieder aufgestiegen sind, dann kann ich vielleicht im nächsten Video mal was Positives sagen. So, aber wie gesagt, Bremen finanziell angeschlagen, Abwarnungswelle droht. Ja, die Spieler wollten den Alter weg, kann man sich denken, weil er brauchte auch die Kohle und dann wird verkauft. Nach den vorigen Corona-Jahren sind die Bremer ohnehin in einer sehr angespannten finanziellen Situation. Der Kiker schreibt von 75 Millionen Euro Schulden. Eine Insolvenz drohe zwar nicht, macht wurde klar, eine Umstrukturierung des Kaders ist aber alternativlos. Unsere Spielerverträge gelten alle für die zweite Liga. Die Spieler haben dort 40 bis 60 Prozent weniger Einkommen. Das versetzt uns in die Lage, eine gute Grundbasis zum Kader zu haben. Natürlich wird es aber auch Abgänge geben. Vielleicht ein, zwei Spieler mehr, als wie das bei einem Klassenerhalt der Fall gewesen wäre, Kerte Baumann. Die Liste der Spielerverkaufskandidat ist lang, Pakete soll weg, Palenka sollte damals schon verkauft werden, der natürlich nicht gegangen ist damals, weil keiner ihn haben wollte scheinbar. Iggestein haben wir ja verkauft, Joshes Zartschund haben wir leider verkauft müssen, Bittencourt noch da, wollte damals auch keiner haben und nur einige zu nennen. Stürmer David Selke musste da weg, wird aufgrund des verpassten Klassenerhaltssicherheit zurückkehren. Das hätten wir den für 20 Mille kaufen müssen. Hier sagst du nur mal, das war auch so ein Frank-Baumann-Ding gewesen und Horst Grünewald. Dass die Auslaufverträge von Mosander und Glippi ist, dass sie verlängert werden, scheint nun unwahrscheinlich, ja. Hätte ich aber auch nicht verlängert, ganz ehrlich, wenn wir nicht abgestiegen wären. Die waren da teilweise 34, 35. Schwierige Trainersuche in Bremen, ja. So, dann musste man hier noch einen Trainer suchen und Thomas Schaaf, ja, kann man verstehen, was der FN eingeleistet hat. Von der Jugend auf, als Spieler und nachher als Trainer, der ist hier den Trainer, kann ja leider keine Videos anspielen. Da kriegen wir ja nachher wieder die GEMA-Problematik. Aber wir sind eigentlich hier mit Themen einmal durch. Wir haben jetzt hier ganz toll die Finanzen nochmal auseinandergenommen. Auch wenn es langweilig war, gehört es da leider dazu. Wie gesagt, ein Jahr, zweite Liga. Gibt es noch diese tolle DVD, wo man sich angucken kann, oder man kann es zum größten Teil aber auch googeln. Wir sind alle noch bei YouTube, kann man sich die ganzen Folgen auch noch umsonst angucken. Will ich auch nicht einspielen. Ich habe keinen Bock auf GEMA-Problematiken, ganz ehrlich nicht. Ansonsten bleibt mir nur noch was zu sagen. Ich wünsche meinen Schatz eine schöne, gute Nacht. Sie war jetzt beim zweiten Teil nicht dabei, weil sie nicht wirklich gut geschlafen hat und ich war jetzt einfach zu müde. Wir zeichnen jetzt auch abends hier auf. Sie ist schlafen gegangen, ne. Seid ihr gegönnt. Und ich möchte nochmal an der Stelle verweisen auf die beste Mord, die Leichetanz um Mitternacht. Das Buch, was ich geschrieben habe, was in Bayern und in Bremen spielt. Ein sehr spannender Krimi, kostet 15 Euro. Kriegt ihr überall, wo es Zeitschriften gibt oder einen gut sortierten Buchhandel. Für 15 Euro, denke ich, habt ihr eine schöne Sommerlektüre. Für uns den Gefallen, sponsert uns ein bisschen, dass wir auch weiter Videos machen können. Ansonsten bedanke ich mich für diese Zeit, dass ihr mir das noch angeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video einfach wieder. Schreibt mal drunter, wie ihr das Video gefangen habt. Das ist natürlich, wenn man die ganzen Geldsachen auseinander gebüsselt, wo ich auch keine Ahnung von Bilanzen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht könnt ihr das. Schreibt es drunter, wenn ihr es besser versteht, wenn ihr uns das auseinander arbeiten könnt, wenn ihr vielleicht selber in diesem Bereich arbeitet. Wie habt ihr diese Zeit erlebt, diese Corona-Zeit erlebt? War es schwer für euch? War es leicht für euch? Habt ihr diese Maßnahmen mitgetragen oder wart ihr so wie ich ein Gegner davon? Ja. Habt ihr euch die 90.000. Impfung geholt oder habt ihr gleich die erste gesagt, wir wollen die nicht haben? Das ist pures Gift. Wir wissen heute, die Spieler fallen um wie tote Fliegen. Ja. Ich will mal einfach eure Meinung wissen. Wie habt ihr diese Zeit überlebt? Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich die Hölle pur, weil ich da kein Fan dran war, von diesen ganzen Maßnahmen. Ich musste nachher berufsbedingt mich spritzen lassen. Aber ganz ehrlich, hinter dieser Maßnahme, ich hab nicht hinter einer gestanden, das war für mich alles Schwachsinn. Hoch 10. Und es wurde immer schwachsinner. Auch mit der neuen Bundesregierung, die Ampel, die wir ja aktuell hatten, wurde es nicht besser. Da wurden Sachen gemacht, ich möchte das gar nicht alles aufarbeiten, bin nachher der Kanal gespielt, weil diese Corona-Sachen bin ja immer noch skeptisch gesehen. Ich bin nur so froh, dass langsam die Aufarbeitung beginnt und dass man wirklich jetzt guckt, was Tacheles ist. In der Hoffnung, dass wir 25 eine bessere Regierung kriegen und dass wirklich mal eine Corona-Untersuchungsausschuss und Aufarbeitung kommt. Und der eine Fan, der hier quasi in dieser Doku auch zu sehen ist, da kann ich nur hoffen, dass der mal in sich geht und sich mal entschuldigt bei den Leuten, die nicht geimpft waren und die fertig gemacht worden sind in der Zeit. Kinder waren keine Pandemieträger und die haben nicht Oma und Opa getötet. So. Bevor ich mich jetzt über eine Rage rede, weil ihr merkt das, ich werde davon aggro von diesem Thema, beende ich das lieber. Ich wünsche euch einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht oder guten Morgen. Und ansonsten sage ich bye, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.